Viele Menschen kommen mit der Wahrheit nicht zurecht, weil der einfache Grund liegt darin, da sie diese nicht beachten. Und sie meinen, weil irgendjemand, ihr Freund oder irgendeine Person, die dieser Person näher steht, die kann genau das sagen, was der Wahrheit entspricht. Aber sie suchen sich nur diese Worte. Und das ist das Besondere. Sie gehen zu Personen hin, die anscheinend angeblich die Wahrheit aussprechen. Dabei bekommen sie eigentlich komplett eins in die Fresse, weil sie diese Wahrheit hören, die aber gar keine Wahrheit ist. Und das ist das Besondere. Anstatt mal zu Menschen zu gehen, die die Wahrheit wirklich sprechen, weil sie das objektiv sehen und nicht mit dieser rosa-roten Brille. Dann kann man nämlich auch wirklich verwertbare Informationen bekommen, wie es auf andere Menschen, auf andere Personen wirkt. Und wenn du jetzt zum Beispiel so weit bist, dass du der Wahrheit ins Auge schauen kannst, dann wirst du auch merken, dass vieles, was gewisse dir nahestehenden Personen aussprechen, die sagen das zwar, aber es entpuppt sich irgendwann mal als Unwahrheit, als ein wirklicher Streich oder dergleichen. Und wenn du so gut bist, dann hörst du mal auf das, was ich dir jeden Tag mitgebe und blendest das nicht aus, sondern integrierst das in dein Leben. Denn da ist der entscheidende Unterschied. In diesem Sinne, denke daran und bis dann.